So, erstes Solo-Cube-Game ist da. Wer jetzt gerade eingeschalten hat, guten Morgen nochmal von meiner Seite. Also da weiß ich, was die Tust, den Lives.de, den Exit-Menu und den GC-Owned, wenn ich das richtig ausspreche. Ich bin hier gegen Elisandro, das heißt, ich werde als Shen mit Dorans Shield anfangen und Heal-Pot. Und ja, ich werde mal schauen, von wegen, dass ich ein Wort da vielleicht pflanzen kann. Diese neuen Portals sind irgendwie ziemlich komisch, keine Ahnung. Die das Durchgehen irgendwie, man vergisst noch total oft drauf, dass die überhaupt schon gibt, deswegen. Aber, was soll's. Die in Weden. Sie haben Binding. Okay, da ist der Chauan. Ich könnte da ein Wort hinfetzen. Muss nicht sein. Eine Minute normalerweise fetzt man da ein Wort hin. Und dann gehen wir wieder raus. Da gehe ich nicht hin, weil da könnte ein Gegner sein, wobei Alessandra, wenn wir es nicht töten können, ist er doch keine Kneide, aber ich will halt doch nicht irgendwie backen müssen oder so. Deswegen gehen wir da den sicheren Weg. Die machen keine Invade, wie man vorgesehen hat. Da war da vorher der Chauan. Ich meine, das könnten wir noch immer den Lady Invade machen, aber hoffentlich nicht. Sorry fürs Husten. Ich war Anfang jener krank, leider. Deswegen habe ich auch keine normalen so irgendwie Videos gemacht. Es sind nur ein paar legendary Videos. Ich könnte auch Gromp solo zum Beispiel. Aber ich gehe einfach in die Lane. Ich glaube, man könnte jetzt sagen, okay, mein Gott, warum spielst du jetzt schon, weil du hast die ganzen Trolls und so weiter, keine Ahnung, oder die ganzen Tryhards und die ganzen Rager. Aber ich würde sagen, ich bin auch nervös jetzt gerade, wegen Ranked und so weiter. Man möchte natürlich nicht das Game verhauen, aber und deswegen natürlich, okay, die will, dass ich da pushe, aber ich, wenn ihr mit Q auch ein bisschen was macht, weiß ich nicht, wie das irgendwie funktionieren soll, dass ich da die Lane pushe. Das wird nicht, wird nicht passieren. Okay, Last Hitten dabei. Ist ganz in Ordnung, ja. Drei Last Hits. Keiner versemmelt, immerhin. Jetzt kommt auch gleich der Erste. Geh nach Hause da, Lissandra. Gut, wir haben beide nicht wirklich viel Sustain. Ich habe ein bisschen Sustain mit dem Q natürlich, aber ich komme da natürlich nie hin. Also, wer da glaubt, dass er mit Channing da hinkommt und die Lissandra hauen kann, ich muss auch den Q irgendwie ausweichen von ihr, wenn es geht. Gut, jetzt nehmen wir gleich den E für den Escape, falls der irgendwie ganken kommen möchte. Und wie ihr jetzt seht, ist es gleich mein Trinket wieder live, also live, ab. Deswegen werde ich da auf jeden Fall auch da den Wort setzen jetzt, wenn es geht. Falls der Gang kommt. Javan kann ja auch sehr gut Level 3 ganken, natürlich. So, ich werde jetzt... Auf dem Twitch-Chat werde ich schon auch ab und zu schauen, aber halt nicht die ganze Zeit. Ich hoffe, ihr versteht es hier. Aber erstens, er ist verfasst jetzt gerade. Einfach auch, weil... Weil natürlich jetzt nicht so leicht ist, wenn man dann kommentiert auch noch. Weil ich will auch kommentieren nämlich und nicht nur halt... So, abkacken. Oh, nice. Ja, der Damage ist nicht zu verachten. Natürlich habe ich ein bisschen im A, aber auch ziemlich viel Rüstung genommen, weil die ein ziemlich hartes AD-Team haben. Oh, Mann, das wird jetzt... Interessant, ob ich da die Last jetzt bekomme. Okay, den ersten schon mal nicht. Aber den bekomme ich. Den oben bekomme ich auch nicht. Den bekomme ich aber. Das ist der nächste. Die beiden bekomme ich auch. Den da oben nicht. Und den... Ich habe auch noch bekommen. Gut, der ist jetzt SS. Keine Ahnung. Da ist die Lissandra. Ui, da ist die Lissandra. Der ist am Roman schon wieder mal. Okay, das war es schlecht. Hat überlaust für sie. Könnte Teleport, mache ich aber nicht. Ich hoffe, es kommt mit Flash weg. Ich habe also gepinkt, aber die Leute sind es nicht so gut meistens. Da war schon der Level 3 Rome von Lissandra. Oh, Mann. Gut, das heißt... Okay. Dennoch verpasst leider. Naja, sorry. Ich glaube, sie könnte auch mit Teleport wieder raufkommen. Macht ihr auch wahrscheinlich, oder nicht? Sonst würdest du eine fette Wave verlieren. Ja. Oh, Mann. Okay, es ist jetzt nicht der beste Start, den wir haben hätten können, aber... Der hätte auch schlimmer kommen können. Seht ihr jetzt schon im Trindisch-Kodex? Ich möchte eigentlich noch bis zu meinen... ...M-M-R-Items warten. Was natürlich mir ein bisschen... ...helfen würde in der Lane. Ansonsten, das Last-Hit ist jetzt nicht allzu dramatisch. Ich habe vorhin ein paar verloren, seit ich das schon... ...gehabt. Da meine Spectress Cowl heißt die genau. Aber... ...wissst ihr, wer das ist? Man kriegt nicht alle Last-Hits, auch wenn man es gerne hätte. Zack. Dieses Sustainer, auch wenn es geht. Ich kann auch ein bisschen den Damage-Shielden von mir mit meinem... ...die macht schon einiges an Schaden. Also wenn ich da aber dann das Ding habe, geht es auf jeden Fall besser. Jetzt hätte ich wohl backen müssen. Es ist auch ziemlich... ...gefährlich da. Ohne Worte eigentlich. Ich werde wieder gleich zurückteleportieren. Das heißt... Dann Worte. Hier geht wieder Roman. Gut, jetzt habe ich immer ein Level 6. Das heißt, das ist schon mal... ...nicht schlecht. Gut, so. Autotechs werden jetzt ihr nicht mehr wirklich viel helfen. Sie müssen mich entweder mit 2-Theressen oder halt gar nicht. Ich habe jetzt schon auch gekauft, nämlich deswegen... ...die macht nicht wirklich mehr viel Schaden. Da ist mein Wort drinnen. Hm. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich viel machen kann. Gegen ihren Harris. Schön ausgewichen, der Alten. Gut. Aber man sieht sie ja. Also Shane kann einfach nicht gescheit pushen. Oh je. Ich brauche auf jeden Fall auch die Boots hier, damit ich da... ...irgendwie mal nachkomme, wenn sie halt irgendwie so halt wegrennen, ganze Zeit. Oder auch generell, um halt den Leuten nachzukommen. Dann sind Boots halt essentiell, aber... Ich meine... ...ist alles nicht so einfach, ne. Vor allem, wenn man so krass langsames Lastig-Thing hat wie ich. Holen wir mal noch die Boots da. Könnte ich mir auch noch... Nein, ich gehe schon zurück. Und noch ein Heal-Pod für den Fall der Fälle. Zack, mit dem Taunt schneller zurück in die Lane. Jetzt mit dem Ultimate muss ich jetzt schauen, ob ich ihn retten kann. Ich habe halt dann wahrscheinlich den Tower... ...nicht mehr. Also ich kann den nicht lange halten, wahrscheinlich gegen Lissandra, weil sie halt ganz zur Zeit rein pusht. Gut, ansonsten... Der Set hat zwei Kills, das heißt, die Rüstung wird sehr wichtig sein für mich. Ich kann jetzt allerdings mit... ...nachkommen. Die ist SS, Leute. Ich finde mal schon, ob die da ist irgendwo wo. ...und den Talent gemüßt. ...fucking hell. Oh, Mann. Hm. Na. Hätte ich vielleicht auch anders machen können, aber es ist... Ich mache einfach keinen Schaden mit dem. Oh mein Gott, ich mache einfach keinen Damage mit dem. Ich habe jetzt auch keinen Teleport, deswegen aufpassen. Ich hole mir da noch ein bisschen CD-R. Nooo, no, 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 no. Ach, da kommt schon wieder der Teleport. Hm. Ja, der Dragon ist wahrscheinlich weg. Ja, der Dragon ist auch nicht wirklich gut dabei. Ja, der Dragon ist auch nicht wirklich gut dabei. Die, die Heatbox. Was willst du? Ich kann auch nicht wirklich pushen. Ich würde jetzt so gerne rein pushen, aber es bringt alles nichts. Und die ist schon wieder da. Das ist jetzt auch ziemlich... Ich würde jetzt... Ich würde jetzt... Ich würde jetzt einen Warden pflanzen, aber ansonsten... Der Diamond Double Ward, ach komm, geh nach Hause, oh, da ist ja ein Pink Ward, den nehmen wir uns, kein Bock drauf, ich werde aber auch da unterm Tower farmen. Ja, Leute, ich ping eh ganze Zeit, ich meine, ich kann nicht mehr machen, ich habe mein Ultimate ab und zu. Hm. Vor allem keinen Damage. Sonst kann ich da ja auch was machen. Ich muss halt aufpassen, dass die da nicht irgendwie... die Up-Karte. Die pushen halt ganze Zeit ran, ne? Nichts anderes erwartet, ja. Ich meine, da ein Kill. Ja, da ist einer da und immerhin, zack, und der auch noch, geht schon. Wo, oh, shit. Der Triple, warum kriege ich den? Fuck this shit, Leute. Der Triple Killer, Alter. What the fuck? Ich hätte wohl noch kaufen sollen, aber was willst du machen? Was, was, was schlecht. Na, geh, das ist doch nicht fair. Hm. 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 Tötet sie! Oh f**k. Nein! Die gehen auf mich drauf. Geh, geh. Oh mein Gott. Wo gehen die hin? Warum? Da geht keiner nach. Nein! Oh mein Gott. Gehts doch nach. Jetzt ist es spät. Oh mein Gott. Flash nach und töte ihn. Oh mein Gott. Dieser Ari. Bist du wahnsinnig. Ich sag's mal so. Das hätte sie besser machen können. Gehen wir auch mal auf den Sunfire Cap. Back off. Na schau. Immerhin hat sie einen Kill bekommen. Mario. Da gehen wir drauf auf die Noobs. Die können nichts. Ja, da ist sie. Da ist sie. Zack. Drauf. Geh, geh. Na ja. Da ist sie ein Mega Tank. Na ja ja. Oh mein Gott. Geh, geh. Diese 10 HP waren echt unfair. Gut, dann, wenn du erstmal Blue holst, macht sie aber nicht, glaube ich. Leid, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Nein! So unfair. Was heißt next time ping him? Weil sie mich verarschen. Alter, das kann nicht euer Ernst sein. Wie soll ich pingen? Den Tank? Oder was? Ich mein... Geh mal drauf. Ach komm, hä, ich werde ihn wahrscheinlich... Wir sind noch in die Campanage. Oh, nice. Not bad. Geh, geh. Dann zieh ich mir meine Spirit Visage. Huah huah. Zwei Drakes haben die schon, weil wir einfach keine Pressure haben. Also, Bot und Meat haben einfach null Pressure, deswegen kann man auch nicht wirklich viel machen. Ich bräuchte eigentlich theoretisch Triforce, aber weil ich der einzige bin, der Damage macht. Also, ja, ich mache eigentlich keinen Damage, aber ich muss Damage machen, weil ich glaube, mein... Ich weiß nicht, dass das irgendwie das... Das ist das irgendwie schafft, aber... Ah, oh mein Gott. Ich... Nein! Down! Ari, please. Ich brauche auf jeden Fall, äh, die... Die... Nein, 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 nein. Diese Boots, die Mercury Threats, weil... Weil natürlich die so viel CC haben mit Lissandra und... Morgana. Please. Das können sie nicht verhalten. Ich habe keinen Ultimate. Ich habe nur Teleport. Die pusht die ganze Zeit drauf. Und wegen dem Dreck Sunfire verliere ich gerade irgendwie alle Last Hits. Oh, 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 oh. Was? Got him! Geht's da drauf auf den... Oh, oh, oh. Okay, es sollte jetzt wie es sein. War nicht so genau wie es sein, du... Nice! So geht das Triple für Draven und alles passt wieder. Alles passt wieder, Leute! Geh, geh! Geh, geh! Oh mein Gott! Okay, es schaut jetzt nicht mehr so schlimm aus wie vorher. Ich glaube, wir können da schon ein Gas reißen, aber da müssen wir halt... Oh man, ich kann nicht lastig, wie es ausschaut... LOL! Ich habe überhaupt irgendeine Lastig zu kommen, Leute! Der Gigi! Ah, da ist schon wieder der Graves. Weil ich mir das leisten kann, dass ich Triforce gehe, weil die so hart am Abkacken sind. Ich glaube, da muss ich eher noch mehr auf Tank gehen, aber naja... Geh mal einfach drauf. Wurscht. Gigi! Gigi! Oh mein Gott, wirklich! Das... Ich dachte... Gigi! 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 Das ist der Draco wahrscheinlich, das kommt gleich mal über die Wall drüber, oder auch nicht. Wow, wie viel Leben überhaupt haben die da bitte. Bye bye, komm Flash rüber, trau dich. Die Redmuff is up. Nooo! Kommt her, Leute! Der taunt! Ach komm! Die sind so fett, das ist nicht normal. Diese, diese, oh mein Gott, ich backe es nicht, wie kann man das so bescheuert sein? Geh doch drauf! Ja, ich geb auch auf, das hat keinen Sinn. Nächstes Mal wird's besser. Okay, 0-1 ist mal dabei, der stand. Das hab ich schon, das hab ich ja noch nie erlebt sowas, wie man so abkacken kann und dann kann einfach nur so bescheuert sein. Okay. 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 Okay.